Ja, Hallöchen bei einem neuen Let's Play Minecraft vom Zebo. Ich spiele mit dem neuen Update 1.5.1 und ich habe mich da ein bisschen informiert und habe mir gedacht, wir reißen mal die Fenster raus, weil ein Creeper explodiert ist. Und den Keller wollte ich auch fertig machen mit ein paar Schildern, das habe ich auch nicht gemacht. Es gibt einfach viel, viel, viel zu viele Let's Player auf YouTube. Deswegen, da saß nicht einmal mehr, ich ein Let's Play zu machen. Da habe ich mir gedacht, ich setze diesem Spiel ein Ende und werde ein bisschen ein Let's Play Together Minecraft machen. Ist ja was anderes, ist aber um einiges lustiger bei Members of Day. Schaut es euch an, es ist extrem leiband und was kann man dagegen tun? Es muss einfach sein. Ich glaube, ihr wisst, was kommt. Und ja, so stark hätte ich das nicht erwartet, aber das war unser LP. Ist ein bisschen vernichtet worden, da ist noch eine Trübe geblieben. Ja, wir haben genug Erde. Gut, wir sehen uns im Let's Play Together und bis dahin viel Glück und Erfolg. Tschüss. Tschüss. Tschüss.